Hello, hello. So, herzlich willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show. Ich bin auch der Host, der Moderator der Total Connector Show. Wie ihr vielleicht wisst, wir haben ja ein ganz entspannendes Gespräch geführt mit Dr. Markus Kral, gemeinsam mit meiner Moderatorin Stefanie von Jahn, die eben Ökonomin ist, Dozentin ist und ganz, ganz tief in der Materie von Bitcoin und Austrian Economics ist und darüber viele tolle Artikel geschrieben hat. Ja, heute möchte ich ein bisschen sozusagen das Thema fortsetzen. Gold und Bitcoin. In Sibirien hat man jetzt die größten Goldreserven gefunden. Das ist ein ganz entspannender Artikel, der sogar auf Mainstream quasi jetzt veröffentlicht ist, auf bloomberg.com. Und zwar, ich übersetze von Englisch auf Deutsch, Sibirien hat die größten Goldreserven der Welt. Das ist ein Artikel vom 22. Oktober 2020. Und zwar zeigt die Untersuchung oder die Analyse, das Audit quasi, dass dieses Gebiet, das genannt wird Sukhoi-Log, beherbergt mindestens 40 Millionen Unzen an Goldreserven. Und die russischen Mining oder, wie sagt man da, Miners, die Unternehmen, die das quasi schürfen und bohren und so weiter, die werden quasi mit den Projekten ungefähr 2023 beginnen. Ja, gehen wir mal ein bisschen einen Artikel durch, was da so im Wesentlichen drinnen steht. Und zwar geht es um das Unternehmen Polyus PJSC. Und zwar ist es der größte Goldproduzent Russland, meint er, dass die Deposits, also die Reserven von Sukhoi-Log in Sibirien, die größten Goldreserven der ganzen Welt beherbergen, enthalten. Und ein Audit, eine Analyse zeigt, dass Sukhoi-Log mindestens 40 Millionen Unzen an tatsächlich bewiesenen Reserven hat, und zwar gemessen nach den internationalen Standards von JORC, was das immer für ein Standard sein mag, mit einem ungefähren Goldgehalt von 2,3 Gramm pro Tonne, sagt der Chief Executive Officer Pavel Gratschev. Das bedeutet, dass dieses Gebiet, also dieses Areal, dass mehr als ein Viertel der russischen Goldreserven zurechenbar ist und somit größer als die Reserven von Seabridge Gold Incorporated, KSM Project in Kanada, als auch Donling Gold in Alaska. Also wirklich, es ist auf jeden Fall die größten Goldreserven. So, die Schätzungen der Reserven sind ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung dieses Gebietes, sagte Gratschev, also der Chief Executive Officer in einem Interview in Moskau. Sukhoi-Log, das sich in der isolierten Region von Sibirien, in Irkutsk befindet, wurde durch sowjetische oder damalige, nehme ich an, ja eben so damalige sowjetische Geologen 1961 gefunden, entdeckt und in den 70er Jahren studiert, analysiert. Die Regierung hatte lange überlegt, also diese Reserven eben zu schürfen, ans Tageslicht zu bringen und in 2017 erst, ja, wurde dann dieses Gebiet, dieses Areal in einer Auktion an Polius und einem, natürlich einem Staatspartner, ja, verkauft, die dann wiederum, also dieses, die, das Mining, das Mining-Unternehmen gekauft haben. Gut, bla bla bla, also die, irgendwie heißt es dann, von den Kosten her könnte es 2,5 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einem jährlichen Output, mit einer jährlichen Ausgabe von ca. 1,6 Millionen Unzen Gold, ja. Während natürlich diese gigantischen Reserven, während die sozusagen, während daran gearbeitet wird und entwickelt wird, ist es natürlich ein sehr langwieriger und kostspieliger Prozess und dieses Areal könnte dem Unternehmen Polius erlauben, den jährlichen Output mindestens um mindestens 70% zu erhöhen, ja. Das ist gewaltig, ja. So, ich will jetzt noch, ich komme ja noch auf den Punkt, ja, es geht jetzt um Folgendes, ja, es geht jetzt sozusagen um diese Knappheit, ja, von der immer gesprochen wird, bei Gold versus Bitcoin, in den sprechen, die wir auch mit dem Dr. Markus Graal oder Dr. Porsen Polleit geführt haben oder mit Mark Wallek von Incrementum. Die Goldpreise bewegen sich ungefähr bei 60%, also seitdem dieses Unternehmen gekauft, also seitdem das Unternehmen das Areal gekauft hat und haben eine Rekordhöhe erreicht im August, als große Mengen von sozusagen Stimulusgelder, ja, von quasi Zentralbankengelder oder staatlichen Zuschüssen gepumpt wurde in die Wirtschaft, in die Ökonomie, um quasi die sogenannten Schäden durch die Coronavirus-Pandemie einzudämmen. So, das Zitat geht dann sozusagen folgendes von Herrn Gratschew. Wir sind gleich fertig mit dem Artikel. Wir wollen zeigen, dass es, dass das ein Projekt ist, das Qualität hat und Skalierung hat und das auch eben durchgeführt werden kann und wir berücksichtigen auch die Umweltstandards trotz der Tatsache, dass es sehr schwer zu erreichen ist, dieses Gebiet. Also, zusammengefasst die Punkte noch einmal, das Audit zeigt, dass es ökonomisch schürfbare Reserven gibt, die ans Tageslicht gebracht werden können, also an Goldreserven. Das Deposit beinhaltet ca. 67 Millionen Unzen von totalen Ressourcen und das wurde nämlich ursprünglich auf 63 Millionen geschätzt und jetzt in den 67 Millionen Unzen, ja, Gold. Und diese Zahlen mögen dann sogar, könnten dann sogar noch viel höher sein, wenn man dann sozusagen dann weiterbohrt, ja, mittlerweile gibt es ja schon ganz tolle Hightech-Bohrgeräte, Bohrtechnologien und wenn man das Ganze noch weiter analysiert und studiert. Die Hauptinvestitionen, die vorwiegenden Investitionen werden im Jahr 2023 gestartet und das Unternehmen Polyus hat bereits angefangen, in die Infrastruktur für dieses Projekt zu investieren. Und es gibt also einen Plan mit der Regierung, gemeinsam mit der Regierung natürlich, mit dem Staat, ja, Russland, an einer Rekonstruktion eines örtlichen Flughafens zu arbeiten und darin auch zu investieren. So, was will ich eigentlich mit diesem Artikel sagen? Ich gehe mal kurz raus. Ich will damit sagen, dass, es heißt ja, gehen wir mal von den Hardcore-Daten aus, es soll ja angeblich, ja, insgesamt auf der ganzen Welt, also in der letzten, seit es schon Gold gibt, und da gibt es so, also immer wieder diese Jahresangaben von 5000 Jahren, ja, gibt es bis jetzt 200.000 Tonnen, ja, die 200.000 Tonnen Gold, die existieren sollen. Und jedes Jahr sollen durchschnittlich circa zwei, sagen wir mal, ja, ich glaube, also jetzt nicht drei Prozent, aber es könnte sicher mehr als zwei Prozent sein, sagen wir mal, zwei Prozent, sozusagen, an Flow geben. Ja, jedes Jahr kommen dann jährlich zwei Prozent Gold hinzu, ja. Deshalb spricht man auch immer wieder von diesem Stock-to-Flow-Ratio, ja. Das heißt, das Stock-to-Flow-Ratio ist einfach, wie viel da ist, wie viel da existiert und wie viel jährlich dazukommt. Und bei Gold ist es noch, ja, hat sozusagen die höchste Zahl, die höchsten Parameter. Da spricht man irgendwie, also das, was da ist, dividiert durch die jährlichen Output, kommt man ungefähr von einer Zahl von 58 bis circa 63, ja. Das heißt, es braucht circa, sagen wir mal, rund, ja, ja, durchschnittlich 60 Jahre, bis man sozusagen das gesamte, also die gesamte Existenz, den Gesamtbestand von Gold schürfen könnte oder meinen könnte oder sozusagen produzieren könnte, ja. Und, ja, und ich habe immer wieder gesagt, also ich habe absolutes Vertrauen in die menschliche Innovationsfähigkeit, in die menschliche Intelligenz, vor allem, wenn wir dann, vor allem, wenn wir dann endlich mal, ja, also eine freie Marktwirtschaft haben, wahre, freie Marktprinzipien und einen wahren, echten Kapitalismus und basierend verwurzelt in einem harten, wenn nicht sogar in einem härtesten Geld, härtesten und knappesten Geldes Bitcoin ist, ja. Also, was will ich damit sagen? Bitcoin ist absolut knapp, Gold ist relativ knapp. Gold hat eine Relativknappheit und Bitcoin hat eine absolute Knappheit von 21 Millionen mit einer Halbierung alle vier Jahre, mit einer Schwierigkeitsanpassung, ja, eben durch den Code, durch den Algorithmus, durch die, ja, durch diese ganze Schwierigkeitsanpassung wird das quasi, ja, und man muss dafür auch arbeiten, ja, da muss Energie hineingesteckt werden, ja, und da gibt es übrigens eine ganz tolle Studie jetzt, die besagt, dass das ist so lächerlich, ja, was Bitcoin verbraucht, das sind, also, von den globalen Energieressourcen oder Kapazitäten sind das 0, was auch immer 0,15 Prozent oder irgend sowas, ja, also, es ist wirklich lächerlich, ja, und jährlich auch, also, es ist, also, man muss sich nur anschauen, was das gesamte Bankensystem, ja, das Finanzsystem, Bankensystem, an über, keine Ahnung, sind es 600 Terawattstunden oder so pro Jahr verbraucht, also, also unglaubliche Zahlen, astronomische Zahlen, wie auch immer, Ja, also, es, ich denke, und das ist jetzt natürlich auch kein, kein Ratschlag, kein Investitionsarschlag, also, ich würde es so machen, ich würde es folgendermaßen machen, ich würde, falls du irgendwo, irgendwann mal Gold gekauft haben solltest, sei es das kleine Goldbärchen, kleine Goldmünzen oder was auch immer, du kannst natürlich noch, du kannst natürlich noch zuwarten, ja, bis der Preis ein bisschen noch ansteigt, aber du darfst nicht vergessen, wenn wir uns jetzt anschauen, der, heute ist der 22. Oktober 2020, ist der, der, der aktuelle Preis von Bitcoin, ja, und jetzt, jetzt plötzlich, jetzt wachen alle wieder auf, ja, liegt bei Euro über 11.000 Euro, 11.050 Euro, ja, fluktuieren natürlich, ja, auf und ab, ja, aber jetzt ist die Katze vollkommen aus dem Sack, Pandoras Büchse wurde vor mehr als zwölf Jahren geöffnet und jetzt steigen ein Unternehmen, eine Institution, eine Exchange, eine Institution nach der anderen und das nächste, was jetzt noch kommen wird, zuerst war es jetzt Paul Thudde Jones, da werde ich noch ein paar Zitate jetzt noch vorlesen, ja, dann, dann, dann der Michael Seeler mit seinen 425 Millionen Dollar in Bitcoin, dann Square Crypto um 50 Millionen und dann ein weiteres Unternehmen jetzt, habe ich gehört, in UK, in England, haben jetzt sozusagen ihre Position eingenommen, haben gesagt, 10% des Fonds oder dieses Fonds, dieses Exchange, Exchange-Rated-Fonds, oder das soll, möge in Bitcoin investiert werden und wird auch investiert werden. Also es wird jetzt sozusagen in den verschiedenen Boardrooms werden Diskussionen geführt, viele sind schon, sitzen schon auf Bitcoin, wie wir jetzt von Michael Seeler wissen, bevor der überhaupt die Entscheidung treffen wollte oder darüber gedacht hatte, hatte schon die Hälfte seines Boardrooms Bitcoin gekauft. Also soweit sind wir schon. Die Katze ist zum Sack, es ist aus. Man kann es nicht mehr zurückstecken und wie gesagt, also, natürlich kann man jetzt, ihr könnt jetzt warten, bis der Goldpreis ansteigt, aber währenddessen wird der Bitcoinpreis um ein mehrfaches mehr als Gold steigen. Um wie viel Gold jetzt ansteigen wird, da gibt es jetzt auch verschiedene Prognosen von sogenannten Goldbugs, Goldexperten. Ich glaube sogar, ich vermeine, also ich billmeine, dass ich das von Dr. Markus Gerlach gehört habe, dass Gold bis Weihnachten 2020 auf ca. 2400 Euro ansteigen könnte. Wie gesagt, also du kannst jetzt noch aus dem Gold raus. Es schadet nie, natürlich ein bisschen immer Gold zu haben. Die Frage ist nur rein rational, logisch, analytisch und vor allem, wenn man das wirklich versteht, in der Essenz, im Kern, die verschiedenen Zusammenhänge und wirklich versteht, worum es hier geht bei Bitcoin, dass es mehr ist, als irgendeine Art Krypto-König. Es ist keine Krypto-König. Es ist eine Wertanlage. Das ist eine Investition. Das ist ein Gut. Das ist ein Asset, das immer sozusagen durch die absolute Knappheit, durch die Halbierung, durch die kritische Adoptionsrate, nicht nur durch Individuen, durch die kritische Masse, sondern eben durch Institutionen, durch verschiedenste Firmen, Boardrooms und so weiter, Treasury Reserves. Da werden jetzt Millionen und bald Milliarden und bald irgendwann einmal werden dann die Pensionsfonds, die dann auf global, auf circa, weiß nicht, ungefähr auf bis zu 70 Billionen US-Dollar sitzen, da anfangen, ihre fiduciary duty, wie man so schon sagt, ihrer Verwahrungsverantwortung auch nachzukommen, weil es werden die Teilhabe, die Aktionäre, die Pensionisten, die Anteilsaninhaber werden das einfordern und werden wahrscheinlich sogar, bin ich mir sicher, mit Klagen auch drohen, weil das ist dann nicht nur dann dämlich, sondern es ist einfach nicht nur und auch nicht gleich fahrlässig, es ist mindestens grob fahrlässig, wenn nicht sogar bedingt vorsätzlich, wenn man dann nicht einen bestimmten Prozentanteil, ob das jetzt 5% oder 10% sind oder was auch immer, jetzt im Bitcoin veranlagt. So, dann gibt es einen ganz tollen Artikel, also ein Newsletter, der von Marty Bent, von Tales of the Crypt, da immer, ich blende das mal kurz ein, ausgeschickt wird jeden Tag und zwar ist es der Newsletter Nummer 851 Bitcoin, ein Grund optimistisch zu sein. Ich werde das einfach versuchen, da mal auf Deutsch improvisiert zu übersetzen. die Eigenschaften von Bitcoin versetzen, Bitcoin versetzen das Ganze in eine einzigartige Position, eine bessere Welt mit einer besseren Zukunft zu gestalten und zu liefern. So, und da gibt es einige Zitate von Squawk Box von 22. und zwar von Paul, das müsste auch von Paul Tudor Jones sein, genau, ich bin zur Schlussfolgerung gekommen, das Bitcoin, eine, also das beste, das beste Inflationsgeschäft ist oder war, also ein defensiver Handel, ja, sagt der Paul Tudor Jones, ja, das ist einer der größten, prominentesten Hedge Fund Manager, falls ihr den nicht kennt, Bitcoin hat eine Reihe von Charakteristiken, ähm, äh, nämlich als, das ist so, wie wenn man einen, als, wie ein, wie ein, wie ein früher, wie ein früher, früher Vogel halt, wie ein früher, ähm, Investor in eine Tech-Company investiert, wie zum Beispiel, wie damals halt, wenn man das gewusst hätte, ja, also, wie so etwas Steve Jobs und Apple, ja, gut, dann weiteres Zitat, ähm, ich habe noch nie eine Wertspeicherungsmittel gesehen, Wertspeicherungsanlage gesehen, wo du so ein großartiges intellektuelles Kapital dahinter hast, also es sind wirklich tatsächlich die Menschen auch dahinter, ja, die, nicht nur die Technologen, die Technologen, sondern die Ökonomen, die Außen- und österreichischen Ökonomen, die Leute, die das wirklich toxisch verteidigen, ja, das Netzwerk, die Prinzipien, das Fundament, die Essenz, den Kern, die Wurzeln von Bitcoin, ja, also das ist jetzt mein Kommentar, und wenn du sozusagen, was steht da, wenn du, äh, den, den Anleihenmarkt auf Short gehst, ja, also auf Kürzen gehst, als eine Art Inflations-Hedge oder Inflationswette, dann, äh, wettest du eigentlich nicht sozusagen, auf die, auf den Trugschluss des, äh, der Mensch, der Menschheit, sondern, ähm, ah, Verzeihung, ähm, also das Zitat geht folgenderweise, ja, also wenn du, wenn du jetzt sozusagen, äh, darauf wettest, auf, auf den Anleihenmarkt, dass es quasi, äh, ja, einfach, äh, verloren geht, äh, und man dabei verlieren kann, dann wettet man eher sozusagen auf, auf die, auf die Dämlichkeit, ja, auf die, auf den Trugschluss, der der Menschheit, als, äh, als sozusagen auf die Genialität der Menschheit. äh, ich kann nicht darüber hinaus, ich kann nicht, ich, also, äh, äh, also, dann meint er noch irgendwie, ich kann nicht darüber hinaus, wer hat das gesagt, unironischerweise, äh, äh, glaube ich, dass es eines der bullischen, der, der bullischen Statements war, die jemals über Bitcoin gemacht wurde. Ach so, das ist so ein, 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 ein Kommentar über das Zitat von Paul Tooter-Jones. Gut, also, äh, der Hedgefonds-Manager Paul Tooter-Jones hat dann, wie gesagt, hat dann verschiedenste Auftritte gehabt, auf CNBC, Mainstream und so weiter, wo er eben Bitcoin als, ähm, ähm, wirklich gepriesen hat, und die Individuen auch dahinter, äh, die sich dem widmen, äh, nämlich dem Protokoll widmen und so weiter, ja, die andere darüber unterrichten und lehren und, und, äh, das Wissen vermitteln, wie auch ich auch, ja, mit meinen Podcasts und meinen YouTube-Shows und so weiter. Und, äh, aber gut, ich bin ja auch nur ein Rädchen in dem Ganzen, da gibt es ganz tolle, wirklich, äh, Kapazunde auf dem Gebiet, äh, sei es jetzt Technologie, Ökonomie, äh, ja, einfach, wenn es, wenn es sozusagen um die Essenz von Bitcoin geht. Und das, indem man sozusagen versichert, auch und garantiert, dass dies auch durch die Massen auch adoptiert wird. so, äh, äh, also Bitcoin ist eine Software, das es erlaubt, äh, Dinge zu bauen, darauf, darauf Dinge zu bauen, die zuvor niemals, äh, niemals möglich waren. Und, indem man sozusagen neue Wege organisiert, neue Jobs, neue Produkte, die den, die die Intermediären, den Mittelsmann, herausschneiden aus dem ganzen Gleichgewicht und mehr Effizienz reinbringen, in Bezug jetzt auf Kapitalallokation, über die verschiedenen Energiessektoren, äh, man sieht es jetzt auch, ja, sei es jetzt, also das Gas, sozusagen entflammt, äh, überall auf den Ölfeldern, das kann man alles einfangen, in dem, anstatt, dass man das einfach, sozusagen, äh, äh, ja, in die Luft quasi bläst, ja, wird das jetzt fürs Mining auch eingesetzt. Das ist wirklich großartig. Und, äh, jedes dieser Aspekte, wie gesagt, verstärkt wiederum das Netzwerk, äh, und lässt das Netzwerk heranreifen und profiliert dadurch mehr und mehr, für mehr und mehr Menschen. Und damit ultimativ kreiert es einen Netz, Netzwerkeffekt, äh, welches die Menschheit niemals bis jetzt erlebt hat. Gut, das war's dann auch schon. Also, noch einmal zusammengefasst, Bitcoin, absolute Knappheit, Gold hat eine relativ Knappheit und du musst einfach dir nur eine Langzeitveranlagung, äh, nehmen, ja, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt, ja, 20, 30, 50 oder 100 Jahre ist, weil du willst es ja auch weiter, dein Vermögen weitergeben, ja, deinen Liebsten, deinen, deinen Kindern, deines Kindes, Enkelkindern und so weiter. Also, diese Zeitspanne mit einer unglaublich niedrigen, niedrigsten Zeitpräferenz auf die Langzeit, mal einfach durch, die, die Zahl mal durchzugehen und sagen, was bedeutet es überhaupt, also, das heißt, wenn, wenn dann Gold dann nicht nur bei 2% Inflation dann stehen bleibt, sondern bei, und dann ansteigt eigentlich durch diese, durch diese innovativen Technologien, sei es Bohrungstechnologien, analytische Geräte oder andere Technologien, das könnte sogar Nukleartechnologie sein, ja, Subnukleartechnologie, Plasmatechnologie, oder einfach, ja, hochentwickelte Bohrungstechnologien oder Verarbeitungstechnologien, dann ist es, dann wird, dann wird Gold natürlich nicht bei 2% bleiben, ja, dann werden wir weitaus mehr als 2% sozusagen an jährlichem Flow haben, ja, und das ist das Dilemma, ja, dass die Goldbugs nicht verstehen, ja, indem sie sich dabei finden, aber wie gesagt, ja, Skin in the Game, also je nachdem, was für eine Haut man im Spiel hat, und diejenigen, die halt eben repräsentativ, Gold verkaufen, oder für Goldunternehmen, Goldinstitutionen arbeiten, ich verstehe schon deren Position, die können halt auch nicht irgendwo aus der Haut, aus ihrer Haut, die müssen das irgendwo auch, aber es gibt natürlich diese Ignoranz, ein bisschen diese Sturheit, Bitcoin nicht wirklich zu verstehen, darum geht es eigentlich, ich meine, es gibt jetzt immer mehr Goldbugs, die das schon, das Wesen und die monetären Eigenschaften und die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin sehr gut verstehen, ja, aber die Frage ist, ob sie es auch zugeben, weil auf der einen Seite geht es auch darum, das Gesicht zu wahren, ja, auf der anderen Seite irgendwo auch, ja, den eigenen Brotgeber und Geldgeber da auch zu dienen und natürlich dabei auch gleichzeitig objektiv zu bleiben, das ist schon eine Herausforderung, glaube ich, für viele, grundsätzlich für alle Menschen. Gut, dann, also, entweder jetzt verkaufen und jetzt noch, bevor sozusagen, exponentiell, ja, der Bitcoin-Preis ansteigt, ja, in so eine Kurve, in einer vertikalen Kurve oder du wartest, aber dann, wie gesagt, das ist ja ein Abwägungskriterium, also, ich würde jetzt nicht mehr allzu lang warten, das ist jetzt meine Position, es kann, ja, also, ich erteile keine Vorschläge, du musst dir selber, da kannst dir selber eine Meinung bilden, dir selber recherchieren und, und schau dir auf jeden Fall mal, falls du Englisch kannst, dann, das Interview an, zwischen Michael Saylor auf der, auf der Real Vision Show von Raoul Powell, ein exzellentes, zweistündiges Interview, wo er wirklich da, wirklich logische Argumente vorbringt, ja, in Bezug auf, also, ja, der Unterschied zwischen Gold und Bitcoin, also, da werden wir sicher noch vertiefend, hoffentlich mit Mark Wallek und Ronin Stöffele von Incrementum ein Gespräch führen, gemeinsam mit Stefanie von Jahn oder eben mit anderen Gold-Experten, schauen wir mal, wie weit, wie offen, wie aufgeschlossen, wie, macht er deine eigene Meinung, bitte folge mir auf Twitter, abonniere bitte meinen YouTube-Channel, Podcast-Pleitform, das ist das Herzblut meiner Arbeit, herzlichen Dank fürs Zuhören, für deine Unterstützung und falls du irgendwelche Fragen haben solltest, schick mir eine Direct Message oder hello at thetotalconnector.com oder andere E-Mail-Adresse ist kd at kevandavani.com Mein Name ist Kevandavani, ich bin der Host der Total Connector Show und Total Bitcoin Podcast Show und bis zum nächsten Mal. Tschüss. SEISCHE ENDE Untertitelung des ZDF, 2020